Hi, mein Name ist Sandra, ich bin die Gründerin der sArtSchool und heute gibt es ein großes Update zu Procreate, wie du siehst. Denn konkret ist die Version Procreate 5.2 erschienen und dazu stelle ich dir heute wirklich alle Neuerungen vor. Also wenn du es noch nicht getan hast, dann geh direkt einmal in den App Store und lade dir hier die neueste Procreate Version herunter. Ich habe das hier schon, deswegen steht bei mir Öffnen. Bei dir sollte dann Aktualisieren stehen, falls du das Ganze noch nicht geladen hast. Und dann sehen wir uns gleich bei den Neuerungen wieder. Fangen wir gleich einmal mit dem Elefanten im Raum an, denn die wahrscheinlich größte Neuerung mit dem 5.2 Update ist, dass du jetzt 3D-Modelle importieren und bemalen kannst, wie du hier siehst. Allerdings eine wichtige Unterscheidung, denn du kannst wirklich lediglich die 3D-Objekte bemalen und nicht neu erzeugen. Also das geht noch nicht logischerweise in Procreate und ich finde, das sollte man auch nicht erwarten von einem Malprogramm, dass es auch noch 3D-Modelling-Tools beinhaltet, das nicht. Aber immerhin bemalen und damit eben Materialien und Texturen erzeugen, die man dann zum Beispiel in einem Programm wie Blender weiterverwenden kann, was dann wirklich ganz auf 3D-Arbeiten ausgelegt ist. Und andererseits kann man natürlich das Ganze auch verwenden, um Bilder, die man normal gemalt hat, zu visualisieren. Also auf 3D-Objekte zu positionieren und damit bereits eine kleine Produktvisualisierung zu erzeugen. Das also zu den Anwendungen und jetzt lass uns einmal schauen, wie wir das Ganze überhaupt verwenden können. Zunächst einmal wäre es natürlich gut, wenn du auch all diese neuen 3D-Modelle, die hier standardmäßig mit Procreate kommen, auch zur Verfügung hast. Denn wenn du nicht gerade das erste Mal Procreate installierst, dann wirst du diese natürlich nicht in deiner Galerie vorfinden. Also die musst du dann erst einmal laden und das geht auch sehr einfach, nämlich indem du hier einfach irgendein Dokument öffnest, dann unter Aktionen gehst, hier unter Hilfe. Da kannst du nämlich noch einmal die Neuerungen abrufen. Also wenn du das das erste Mal noch nicht getan hast, das Modellpack herunterzuladen, klickst du einfach darauf. Da kommst du dann noch einmal in die Ansicht und kannst dann hier entsprechend das Modellpaket herunterladen. Also da einfach mal draufklicken. Das habe ich in dem Fall schon getan, wie du siehst. Und dann erhältst du auch all diese Objekte hier. Eine Soda Can, wenn ich das einmal vergrößere. Ja, also eine Dose. Dann eine Gitarre. Hier habe ich schon ein bisschen bearbeitet, wie du siehst, das Ganze. Einen Helm. Das dauert immer ein bisschen. Da ist natürlich deutlich mehr Speicheraufwand hier für Procreate als einfach 2D-Gemälde, ein Skateboard, dann eine Brille, ein Rollschuh und eine Vase, glaube ich. Und dann habe ich auch schon ein paar Experimente gemacht, wie du siehst, auch nicht vollständig oder irgendwas, aber wo ich einmal meine eigenen 3D-Modelle, die ich in Blender und ZBrush erstellt habe, heruntergeladen habe. Und genau hier ist auch noch ein Standardmodell, ein Surfboard. Genau, das sollte es auch gewesen sein. Genau, das sollten die Standardmodelle sein, die du hier nutzen kannst mit dem Modellpack. Und wie eben schon gezeigt, kannst du eben auch eigene 3D-Modelle hereinladen in dein Programm. Das habe ich hier einmal gemacht. Also wirklich nicht wundern, das ist noch gar nicht schön gemalt oder irgendwas wirklich nur ausgetestet. Hier eine Creature. Und das Ding ist, du musst wirklich das 3D-Modell in einem anderen Programm erstellt haben und vor allem muss dieses Modell auch gute UVs besitzen. Okay, was sind UVs? Mal eine kurze Erklärung für die Nicht-3Dler hier. Und zwar UVs kannst du dir auch überhaupt anzeigen lassen. Hier unter Aktion, unter 3D hat es einen neuen Reiter. Wenn du da einmal 2D-Textur einblenden anschaltest, dann wird dir die UV-Texture von dem Modell auch direkt angezeigt. Ja, also hier ist es eine eigene UV, ist jetzt auch nicht unbedingt die allerbeste, muss ich dazu sagen. Aber nur, dass du mal einen Eindruck erhältst. UVs sind also nichts anderes als ein Schnittmuster. Ja, wie du es eigentlich auch bei Kleidung hast. Da ist es ja auch so, dass die Kleidung oder die Farben besser gesagt erst auf den Stoff aufgedruckt werden oder eben dann zusammengesponnen werden. Wie auch immer das in der Textilindustrie funktioniert genau. Aber es ist eben erst eine plane Fläche. Die Kleidung ist eine plane Fläche und wird dann erst im Nachhinein zu einem 3D-Objekt zusammengenäht. Ja, und in 3D ist es eigentlich genau das Gleiche, nur umgekehrt. Wir haben erst in der Regel ein 3D-Modell erstellt, also 3D. Und wenn wir es dann bemalen, texturieren wollen, müssen wir das Ganze in 2D-Informationen umwandeln. Also das Ganze quasi wieder auseinanderklappen, auseinanderfalten. Und das ist dann genau diese UV-Texture, also diese 2D-Textur, die wir im Endeffekt dann hier bemalen. Also wenn ich das hier einmal mache und dann wieder switche, wirst du auch sehen, hier hat es das Ganze eingefärbt. Auch wenn das natürlich hier nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist. Aber an den Stellen der UV-Texture hat es dann eben auch das Ganze auf das 3D-Modell übertragen. Also das mal nur ein kleiner Exkurs zu den UVs, die du als Voraussetzung deiner 3D-Objekte benötigst. Und die zum Glück kommen auch standardmäßig hier bei den Modellen, die du im Pack herunterladen kannst. Also wenn ich das Ganze hier auch einmal mache, 2D-Texture, siehst du jetzt hier noch nicht viel. Aber kannst dir sicher sein, wenn ich hier einmal drüber male, das ist auf jeden Fall auch vorhanden. Hier siehst du es schon, hat eigentlich auch einen nicen Effekt, Effekt schon erzeugt, muss ich sagen. So ein Zebra-Muster. Genau, also hier funktioniert das Ganze auf jeden Fall auch schon bei Default. Und hier noch ein letzter Hinweis zum Import bzw. generellen Arbeiten mit den 3D-Modellen in Procreate. Und zwar brauchst du dafür jeweils Dateien, wenn du wirklich eigene hinzufügen willst, im Format OBJ oder USD. Also das sind die zwei unterstützten Formate von Procreate. Da habe ich mir hier, wie du siehst, ein paar in OBJ-Format einmal auf das iPad geladen. Ja, da erst draufladen kannst du ja auch aus dem Internet, zum Beispiel von Turbosquid, ein paar herunterladen zum Testen. Und da, wenn ich einmal hier zum Beispiel diese Creature importiere und dann in die Galerie gehe, wirst du hier sehen, ist dann auch das Modell bereits ohne Texturen importiert. Und das kann man dann eben hier bemalen. Bleiben wir aber erst einmal hier bei dem Default-Objekt, bei dieser Soda Can, also dieser Dose, damit du das Ganze auch nachvollziehen kannst. Also generell, wie kann man überhaupt jetzt hier in diesen neuen 3D-Space navigieren? Hast du mich schon so ein bisschen machen sehen? Ich erkläre es dir trotzdem noch mal ganz kurz, denn im Endeffekt sind es dieselben Gesten, die du auch beim 2D-Malen verwendet hast, nur eben jetzt auf drei Achsen projiziert, also XYZ. Wenn du einen Finger verwendest, dann kannst du die Ansicht rotieren. Wenn du zwei Finger verwendest, kannst du hier die Ansicht auseinanderzoomen. Das ist also ganz gut. Und wenn du nur zwei Finger drauf tappst, ohne quasi diese Zoom-Bewegung zu machen und dann ziehst, kannst du die Ansicht bewegen. Also alles wie gehabt, nur vielleicht ein bisschen Umgewöhnung, weil es sich jetzt eben um eine 3D-Welt hier handelt. Was ganz neu ist jedoch, was hinzukommt, ist, dass du jetzt verschiedene Objektteile auswählen kannst, und zwar einfach auch mit einem Tappen deines Fingers. Also wenn ich jetzt hier malen möchte, muss ich zunächst erst einmal auswählen, was ich überhaupt bemalen möchte, weil wir hier verschiedene Objekte haben, wie eben hier einmal den oberen Teil der Dose und den Dosenkörper selbst. Also wenn ich den Dosenkörper bemalen will, dann tappe ich einmal darauf. Du hast jetzt auch kurz gesehen, das Ganze hat kurzblau aufgeleuchtet. Gleiches gilt auch eben für die Teile hier oben. Werden jeweils einzeln markiert. Jetzt habe ich den Dosenkörper markiert und dann kann ich eigentlich auch schon mit einem Pinsel meiner Wahl anfangen, das Ganze zu bemalen. Das hattest du ja gerade schon gesehen. Auch wie gehabt, Pinseleinstellungen hier verändern, kleiner machen. Es ist alles eigentlich wie bisher, nur dass jetzt die Option 3D hinzugekommen ist. Also wirklich super intuitiv und es macht riesengroße Freude, damit zu arbeiten. Also auch Farben kannst du ändern und du kannst es auch vor allen Dingen so machen, dass du Farben direkt auf das Modell ziehst. Also komplett füllen ein Objektteil, das geht natürlich auch. Und dir stehen eben auch alle bisherigen Brushes und natürlich auch deine eigenen Brushes zur Verfügung. Das ist natürlich auch super. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einmal Airbrush vielleicht nehme, den weichen Pinsel, eine andere Farbe, hier mein Brandblau und dann hier mit einer etwas größeren Größe drüber male, Deckkraft anpasse, kannst du hier sehr schöne Verläufe auch erzeugen. Was jetzt aber gänzlich neu ist, ist ein Teil des Ebenenmenüs. Denn was wir im Endeffekt ja machen bei 3D-Objekten ist, wir zeichnen da klar auf UV-Maps, aber die werden in unterschiedlichen Texturen gespeichert, je nach Eigenschaften. Da hat es eben so etwas wie die Rauheit des Objektes, also wie stark glänzt das Objekt, wie ist die Farbe generell des Objektes und auch wie metallisch ist das Objekt. Und das wird eben jeweils in unterschiedlichen Texturen gespeichert. Und das siehst du einmal, ich habe jetzt gerade das Ebenenmenü geöffnet, hier haben wir einmal die Unterteilung je nach den einzelnen Objekten des 3D-Modells. Ja, wir haben hier die Lit, die, ja wie nennt sich das, diesen Teil der Dose, wo man das Ganze öffnet, den Deckel meine ich, genau, und Tab dann diesen Dosenöffner und eben die Dose an sich. Das wären die drei Objekte hier dieses 3D-Modells. Und kannst dir natürlich vorstellen, je nach Modell variiert das, diese Anzahl der Objekte. Ja, und wie du siehst auch, jedes Mal, wenn ich hier ein Objektteil antippe, öffnet sich hier, ja, das ist so ein kleines Dropdown-Menü mehr oder weniger, da ein Base Layer und der kombiniert im Prinzip alle Texturen. Denn wenn du da einmal hier auf dieses 3D-Symbol tippst, siehst du nämlich in unterster Ebene wirklich alle Texturen, die dann dieses Objekteil als Material quasi darstellen. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, jedes Modell hat eine ganz gewisse Farbe. Ich nehme vielleicht mal das andere, daran siehst du es besser. Hier die Dose an sich, ja, so der Dosenkörper, den wir gerade bemalt haben. Der hat natürlich hier eine ganz gewisse Farbe. Im 3D-Raum heißt das übrigens Diffuse Color, ja, so Farbe. Das kann man auch einzeln bearbeiten. So, dann als nächstes die Rauheit. Die haben wir jetzt noch nicht großartig bearbeitet. Und da siehst du auch, switcht hier die Farbe zu schwarz. Ja, also hier ein Unterschied. Bei Farbe, beim Farblayer kannst du wirklich komplett mit unterschiedlichen Farben arbeiten. Aber bei den beiden anderen ist wirklich die Farbigkeit egal. Da geht es nur um schwarz, weiß und grau. Das ist ähnlich wie mit Masten. Denn wenn du hier schwarz einzeichnest, wirst du den Glanz erhöhen, wie du es hier siehst. Ja, jetzt ist das Ganze glänzender. Wenn du hingegen auf Weiß gehst, nimmst du dann wieder die, jetzt hat man es sehr schön gesehen hier bei der Reflexion, nimmst du dann den Glanz wieder heraus. Und das zeigt sich eben dann auch hier in dieser Map, die du dir theoretisch auch natürlich wieder hier bei 2D-Texture bearbeiten kannst. Ja, allerdings hier eben alles komplett. Also die komplette 2D-Texture, wo du hier hingegen das Ganze, wenn du das im Ebenenmenü anwählst, einzeln bearbeiten kannst. Also wenn ich es jetzt wieder hier auf schwarz stelle und zwischenräumig grau geht natürlich auch, dann kriegst du Abstufungen, dann holst du dir hier wieder den Glanz zurück. Also so kannst du partiell sozusagen auf dem Modell bestimmen, okay, dieser Teil soll zum Beispiel sehr glänzend sein und dann mit Weiß ein anderer Teil, der soll eher matt erscheinen. Also das wäre die Einstellung Grauheit. Und schließlich haben wir noch Metallic. Da kannst du dann einstellen, welche Teile eben metallisch erscheinen sollen. Hier mit Schwarz oder mit Weiß wieder, nee, hier ist es sogar umgekehrt, entschuldige bitte. Genau, also mit Weiß hier Metall hinzufügen und mit Schwarz wieder herausnehmen. Und die Zwischenabstufungen natürlich auch. Und so kannst du, wie du siehst, relativ schnell sehr, sehr interessante Effekte erzeugen, obwohl ich hier natürlich noch gar nichts bewusst gemacht habe. Ja, es ist wirklich nur Gekritze. Und wenn du dich da mal etwas intensiver mit beschäftigst, wirklich konkrete Artworks drauf anlegst, dann sind quasi die Möglichkeiten unendlich. Ja, also das ist wirklich ein richtig tolles Feature. Kannst du natürlich auch wieder einklappen, einfach nur noch mal auf den Base Layer tappen. Siehst du auch, hast du die normalen Möglichkeiten der Einstellung, wie du es bereits aus dem 2D-Bereich kennst. Genauso wie Ebenenmodi, das hast du alles auch. Und natürlich bedeutet das auch, wenn du diese Einstellung hast, hast du auch das Plus. Das heißt, du kannst auch neue Ebenen hinzufügen. Also wenn ich hier einmal Plus klicke, siehst du, erscheint eine neue Ebene. Und jede Ebene, siehst du hier auch, hat dann natürlich wieder diese drei Texturen. Also da könntest du jetzt wieder reingehen und sagen, okay, du malst jetzt noch mal mit einer anderen Farbe und so eben sehr non-destructive sozusagen arbeiten, ohne dass du etwas kaputt machst, weil du kannst natürlich jederzeit hier diese Ebene wieder löschen. Hier auch noch ein kleiner Hint, denn bei den Pinseln hat es jetzt auch eine neue Kategorie. Wenn du einmal runterscrollst, siehst du irgendwo die Kategorie Materialien. Und da hast du eben ganz neue Pinsel für Reflexion, Glanz und Samteindrücke, dass du da wirklich gut zeichnen kannst, wie hier dieses Fellmuster, hast du vorhin vielleicht schon gesehen. Das kannst du dann eben auch für deine 3D-Modelle hier nutzen. Das ist also neu. Das hast du jetzt also auch zur Verfügung. Genauso wie übrigens kleiner Hint auch mal hier kürzlich verwendet. Ganz oben wird dir jetzt angezeigt, welche Pinsel du in welcher Reihenfolge kürzlich verwendet hast. Das kann also auch sehr nützlich sein, wenn du auf einen kurz verwendeten Pinsel wieder drauf zugreifen möchtest und nicht weißt, welchen du verwendet hattest. Gleiches gilt natürlich auch für Wischfinger. Das lässt sich auch nach wie vor einsetzen. Genauso wie Radierer kannst du auch Teile wieder herausradieren, zurück und so weiter, Anpassungen. Alles, wie du es bisher kennengelernt hast, lässt sich hier auf das 3D-Modell beim Painting in Procreate anwenden. Also dir stehen wirklich alle Türen offen. Nutze es. Eine letzte Sache möchte ich dir noch zeigen mit den Ebenen und was du damit machen kannst. Denn du kannst natürlich nicht nur malen, also wirklich neue Materialien malen, sondern du kannst natürlich auch deine Artworks, die du bisher erstellt hast, dafür nutzen und eben auf diese 3D-Objekte projizieren. Und dafür gehst du, wie du es gelernt hast, hier unter Aktionen, unter Hinzufügen und dann entweder Datei oder Foto einfügen. Ich nutze jetzt mal Foto. Also wenn du ein Bild bereits auf dein iPad exportiert hast als Datei, das ist natürlich die Voraussetzung, gehst du da drauf und ich wähle jetzt einfach mal hier, das habe ich letztens neu gezeichnet, dieses Bild, und das siehst du schon, da kriegst du hier ein kleines Bobbel angezeigt, so ein kleines Vorschaubild. Das kannst du hier automatisch positionieren, macht natürlich hier mehr Sinn, Projektionstiefe, so was, das kannst du alles einstellen, da einfach mal durchprobieren. Ja, da würde ich jetzt gar nicht aufs Detail eingehen. Hier in dem Fall macht erweitert mehr Sinn, weil da kannst du dann einfach hier die Position viel genauer bestimmen. Ja, und eben auch hier die Neigung des Bildes, das passt an der Stelle, ich würde es einfach noch ein bisschen größer ziehen und dann eben entsprechend auch hier positionieren. Da musst du dann einfach mal gucken, hier wie das Ganze passt. Und du siehst, hier ist es schon leicht abgeschnitten. Ich habe für mich herausgefunden, das Positionieren, ich lösche die Ebene mal wieder, ist für mich relativ schwierig hier in dieser Ansicht, also das finde ich jetzt tatsächlich nicht so intuitiv. Kleiner Trick, geh dann wirklich einfach hier auf diese im neuen Reiter 3D 2D Textur einblenden, was ich schon gezeigt habe, und füge das Ganze hier ein. Ja, weil da hast du einfach die 2D-Oberfläche, da ist das wesentlich leichter. Mache ich das gleich noch mal, Foto einfügen, hier das Bild einfügen und da siehst du auch, hast du das normale Transformationstool, das finde ich wesentlich intuitiver und es wird dann auch nicht so komisch abgeschnitten. Ja, also das würde ich dir dann eher empfehlen. Hier ziehe ich es mal auf die komplette Breite, vielleicht ein bisschen drüber hinaus, dass wir auch wirklich da alles drauf haben. So, nicht auf den Deckel. Dann sollte es eigentlich passen. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das ausschaut im 3D-Bereich. Klar, es hat natürlich diese Schnittkante, die müsste man nochmal manuell übermalen, klar. Aber so haben wir eben dann auch das Bild hier auf das Modell eingefügt, was ich ziemlich, ziemlich nice finde, ehrlich gesagt. Ja, also da Visualisierung ist jetzt auf jeden Fall schon mal sehr viel einfacher möglich. Und natürlich kannst du das jetzt, weil das in einer neuen Ebene hinzugefügt worden ist, auch mit der darunterliegenden kombinieren. Ja, wir haben ja diese Ebenenmodi nach wie vor und da kannst du auch einfach mal experimentieren, was da diese unterschiedlichen Einstellungen bewirken. Sehr viel ist ein bisschen, ja, nicht wahrscheinlich gewollt, das wirst du wahrscheinlich nicht haben, aber einige Sachen können doch einen sehr interessanten Effekt liefern. Zum Beispiel, wenn negativ multiplizieren könnte, sehr schön aussehen, wenn du da auch noch ein bisschen die Deckkraft rausnimmst, da hat es einfach so eine leichte Textur oder auch hier hartes Licht, sieht glaube ich, oh, das sieht sehr nice aus, mit den Farben einfach nochmal die Farbstimmung ändern und du kannst, wie gesagt, eben jederzeit auch die Opacity, die Transparenz hier ein bisschen verändern. Muss natürlich gucken, dass auch die anderen Ebenen entsprechend angepasst sind, da müsste man nochmal übermalen, aber hier hast du eben unglaublich tolle Möglichkeiten. Ich lasse es mal auf Normal, hier, volle Deckkraft und das sieht doch schon ganz gut aus. Okay, soweit zum eigentlichen Bemalen der 3D-Objekte. Ein ebenfalls neues Feature ist, dass du dir das Ganze auch in AR anzeigen lassen kannst, und zwar eben auch im Aktionsmenü 3D-Ansicht in AR. Ich werde gleich die Sicht umschwenken, weil ich es natürlich jetzt hier auf dem Tisch liegen habe, aber da kannst du im Prinzip dein Objekt mit der Übermalung in die echte Welt über die Kamera positionieren und das finde ich echt richtig, richtig nice. Ja, also da einfach mal dann mit der Kamera herumschwenken. So, ich werde es dann gleich nochmal einfügen, ja, so als richtiges Video und da siehst du, kann ich mir eben die Dose in dem Fall oder welches Objekt du auch immer dann erstellt hast, hier anzeigen lassen und auch ein bisschen drehen. Das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig mit meinen Händen, aber genau, und eben auch exportieren, Screenshot machen und so weiter. Ist so ein kleines Spielfeature, also eher eine Spielerei als unbedingt notwendig gerade, zumindest zum aktuellen Entwicklungsstand. Ja, es gibt jetzt noch nicht so viel mehr her, aber ich glaube, da sind noch richtige Möglichkeiten in Zukunft damit offen. Also da einfach mal schon mit experimentieren. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Neben dem Bemalen der Objekte und der Ansicht in AR kannst du aber auch das Ganze anders ausleuchten. Ja, du siehst ja hier, das hat so ein paar Reflektionen, die müssen ja irgendwo herkommen. Ja, Reflektionen werden immer von Lampen erzeugt und genau diese kannst du in Procreate jetzt auch einstellen. Und zwar mit dem niegelnagelneuen Beleuchtungsstudio, was du ebenfalls hier unter Aktionen 3D findest. Da heißt das Ganze Belichtung und Umgebung bearbeiten. Wenn du darauf klickst, kommst du auch direkt schon in das Beleuchtungsstudio. Da siehst du, wir haben gerade standardmäßig drei Lampen in der Szene. Das sind nämlich diese kleinen weißen Boxen. Wenn du da drauf tappst, kannst du auch hier direkt die Lichteinstellungen ändern, aber vor allem kannst du es einfach mit dem Finger hier anders positionieren. Ja, so gleiche Navigation, bloß dann eben hier die Boxen verschieben und dann siehst du auch, ändert sich schon das Highlight, die Reflektion. Ich dann nochmal die Intensität erhöhe. Siehst du auch, ja, also das erleuchtet deutlich stärker. Farbton kannst du ändern hier. Also die Farbe des Lichtes, genauso wie die Sättigung, wie intensiv die Farbe erscheinen soll. Oder du kannst es auch einfach löschen, das Licht, wenn du es nicht mehr haben willst. Oder duplizieren. Neue Lichter hinzufügen geht natürlich auch. Hier oben im Menü Licht hinzufügen. Da kannst du, glaube ich, bis zu vier Stück, genau, Obergrenze. Ja, so vier solche Boxen ist gerade das Maximum aktuell. Das kannst du also individuell einstellen, wie du es haben möchtest. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark von der Intensität. Da einfach mal mit herumspielen und so deine Ansicht für das 3D-Malen verbessern. Letzter Punkt dazu. Du kannst nicht nur Lichter hinzufügen, sondern die Umgebung, was ja hier jetzt dieses Grau-Blaue ist, ja, also dieser Hintergrund, das kannst du auch anpassen. Und zwar hier oben unter Umgebung. Es ist aktuell noch nicht möglich, die Farbe an sich konkret zu bestimmen, ja, aber du hast solche Presets, wo Farben bereits eingespeichert sind. Dann zum Beispiel Studio-Qualität, Savage, Hörsaal, warum auch immer Hörsaal so dunkelrot ist, I don't know. Bei mir war der Hörsaal zumindest nicht in so einer Optik, aber okay. Ja, dann Stadt, Nachtleben und so weiter. Da einfach mal durchprobieren, was schön aussieht oder was du passend für dein Objekt findest. Ich mag das mit dem Berg zum Beispiel hier. Da hat es so einen leichten Schein an der Seite. Ja, es würde die Sonne gerade unter oder aufgehen. Und natürlich kannst du auch die Beleuchtung, die Belichtung besser gesagt erhöhen oder verringern, sodass es entweder generell dunkler oder heller erscheint oder auch einfach komplett ausschalten, sodass du einen transparenten beziehungsweise schwarzen Hintergrund hast. Und wenn du das Ganze dann bestätigst mit fertig, dann wird es auch direkt auf deinen 3D Space, in dem du bemalst, dann angewendet. Okay, jetzt noch zum letzten Punkt, was das 3D Feature, das neue in Procreate anbelangt. Und natürlich geht es jetzt um den Export, denn ist ja alles schön und gut, wenn du das hier dann in Procreate hast. Aber wir wollen das natürlich dann auch im Idealfall bereitstellen für Social Media oder auch damit weiterarbeiten in einem anderen 3D Programm. Und das kannst du auch, wie du es bisher gelernt hast, über die Option Teilen im Aktionsmenü durchführen. Da hat es drei Möglichkeiten. Da hast du jetzt die neue Option, das Modell zu teilen als Procreate-Datei. Da kannst du natürlich das Ganze nicht in einem anderen Programm verwenden. Das ist mehr oder weniger also nur eine Backup-Datei. Und dann eben als USDZ oder als OBJ. So, wenn du da drauf gehst, ja, wie gehabt, kommt das Exportieren-Fenster, musst kurz warten und dann kannst du es entweder irgendwo auf deinem iPad speichern oder zum Beispiel per AirDrop an einen anderen Rechner senden oder, oder, oder. Du siehst, du hast hier die ähnlichen Funktionen wie beim normalen Export von 2D-Bildern. So, also das dazu. Ich würde empfehlen, gerade wenn du zum Beispiel mit Blender weiterarbeiten möchtest, das Ganze wirklich als OBJ herauszuspeichern. Ansonsten, und vielleicht das noch kurz vorweg, genau, wenn du Modell teilen, wenn du darauf gehst, wird nicht nur das Objekt herausgespeichert, also die 3D-Information, sondern eben auch alle Textures, alle Ebenen, die du hier erstellt hast, also sowohl hier diese drei, als auch diese drei und auch diese drei, obwohl du die gar nicht bemalt hast. Ja, also alle Objekteile zusammen und eben alle Textures einzeln werden dabei herausgespeichert in einem Ordner. So, das dazu. Die zweite Option ist, dass du einfach auf Bildteilen gehst. Ja, also da kannst du wirklich dir hier eine Bild von dieser Soda Can erzeugen, ein Screenshot mehr oder weniger, und das dann abspeichern. Oder, was ich besonders toll finde, auch eine neue Option, du kannst das Ganze als Animation auch herausspeichern. 3D-Leute kennen den Begriff Turntable, ja, also wenn man einmal eine Rundum-Sicht um das Objekt bekommt, das ist hier auch möglich, über diese Animationen siehst du hier, ja, entweder über animiertes Drehen, das ist so herein- und rausploppt, ein klassischer Turntable, wäre aber ohne diese Zoom-Bewegung, kannst du hier auch löschen, bei Zoom-Distanz auf Null stellen, dann dreht es sich wirklich nur mit dieser, ja, mit diesen Easing, das kannst du aber auch aus- und rausnehmen, und dann dreht es sich gleichmäßig. Ja, das wäre das, mit Animationsdauer kannst du es dann noch erhöhen, diese Drehung, also, oder besser gesagt, verlangsamen. Das wäre dann ein klassischer Turntable, oder, ich stelle es nochmal rauf, was ja der Standard ist, animiertes Schwingen, noch die andere Option, das ist einfach eine andere Art der Animation, im Endeffekt aber auch eine, ja, ein Turntable, bloß dass er dann hin und her geht, anstatt kontinuierlich sich zu drehen. Na, hier auch wieder Zoom-Distanz-Easing rausnehmen, dann hast du einfach nur ein Turntable von rechts nach links, animiertes Drehen, ein Turntable, 360 Grad. Und schließlich die letzte Funktion, hier, Texturen teilen, ganz unten, da kannst du einfach nur, ohne dein Objekt zu speichern, alle Texturen, die du erzeugt hast, exportieren. Diffuse, Roughness und Metallic. Okay, soweit zum 3D-Feature, dem wirklich tollen neuen Feature in Procreate 5.2. Ich persönlich bin wirklich sehr begeistert, zumindest von den Materialien, ja, so dass man das bemalen kann, das finde ich toll. Das Beleuchtungsstudio, ja, das ist noch eher eine Spielerei, würde ich sagen, ja, da würde ich dann eher das Objekt direkt in Blender oder ein anderes Programm importieren und dann dort die Beleuchtung machen, aber hey, will ich jetzt nicht meckern, es ist ja auch die erste Version, da wird bestimmt noch deutlich mehr kommen. Ich würde mich zum Beispiel auch freuen, ich meine, ich kenne mich damit aus, mit UVs erstellen, aber 3D-Neulinge oder Leute, die eben wirklich noch gar nicht mit 3D arbeiten, wissen da jetzt noch nicht so viel mit den UVs anzufangen, also so eigene Modelle zu erstellen, würde dann schwierig werden, aber zumindest schon einmal mit diesen Standardmodellen, kann man schon sehr tolle Ergebnisse erzielen, vielleicht noch ein weiteres Handicap, aktuell sind nur 4K-Texturen möglich, also das ist gerade das Maximum und es gibt auch zum Beispiel noch kein symmetrisches Malen, also dass du auf der einen Seite malst und dann das Gemalte direkt auf der anderen Seite auch erscheint, gespiegelt sozusagen, das gibt es zum Beispiel auch noch nicht und auch keine Bump Map, das gibt es auch nicht, also dass man hier direkt Reliefs sozusagen erzeugt auf den Objekten mit dem Malen, das ist auch ein klassischer Texturtyp in 3D, aber das ist wirklich, wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau, dafür, dass es jetzt komplett neu ist, die erste Version, kann sich das wirklich sehen lassen, ja, also hier 3D-Modelle einfach in Procreate zu bemalen, das ist einfach, also ich finde es einfach Hammer, so und ich würde einfach sagen, Procreate, keep it up, ja, dass da einfach noch weiter dran entwickelt wird, würde ich mich freuen, das ist jetzt schon eine massive Erleichterung, Materialien in 3D zu erstellen, ist nämlich nicht unbedingt so einfach, das ist sehr technisch und das bringt sehr viel, ja, von dieser, ja, intuitiven, von diesen intuitiven Arbeiten zurück, weil man es halt wirklich einfach nur bemalt und klar, es hat Texture Painting auch zum Beispiel in Blender, aber das funktioniert definitiv nicht so reibungslos, wie hier in Procreate, also das werde ich definitiv für meinen 3D-Workflow in Kombination mit Blender verwenden, das finde ich super. Also, das war es jetzt erstmal zu den 3D-Neuerungen, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, auch wenn das jetzt der Hammer, der Elefant im Raum war, wie gesagt, gibt es auch noch weitere Neuerungen. Bevor es weiter geht, hier noch ein kurzer Einschub. Wenn du mehr zu dem Programm Procreate lernen willst, dann schau unbedingt mal meinen Procreate Masterclass-Kurs an. Denn da lernst du wirklich alle Tools in praktischer Anwendung kennen. Und auch zusätzlich Zeichentricks und Hacks, die über das Procreate-Programm und das iPad hinausgehen. Und, wenn du mehr an 3D interessiert bist, dann kannst du dich ebenfalls freuen. Denn ein Blender-Kurs ist bereits in Arbeit. Also, melde dich unbedingt einmal bei meinem Newsletter an, um den Launch dann auch nicht zu verpassen. Denn da wird es eben auch den größten Rabatt geben. Also, wenn du da sparen willst, melde dich unbedingt einmal an, dann wirst du das Ganze auch nicht verpassen. Und jetzt geht es aber erst einmal weiter mit den Neuerungen. Eine weitere größere Neuerung ist jetzt, dass du PDF-Dateien importieren und auch gezielter bearbeiten kannst. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe hier einmal diese PDF-Datei bereits importiert und da kannst du sehen, hat es hier unten ein neues Feature, den sogenannten Seitenassistenten. Dieser funktioniert ähnlich wie der Animationsassistent, indem du hier aber keine einzelnen Frames hast, sondern wirklich die einzelnen Seiten des PDFs. Und wie du siehst, ist das wirklich eine tolle Neuerung und ein tolles Feature, gerade für Leute, die sich im Manga-Comic-Bereich aufhalten oder auch Storyboards zeichnen. Ja, da macht das natürlich super viel Sinn, weil da natürlich mehrere Seiten notwendig sind und da wäre es wirklich ein Krampf, wenn du da jedes Mal in die Galerie gehen müsstest und dafür jede einzelne Seite auch wirklich ein einzelnes Dokument anlegen musst. Das musst du jetzt nicht mehr, wie du siehst. Du kannst die Seiten auf den unterschiedlichen Ebenen hier anlegen und dann eben mit dem Seitenassistent hier noch gezielter navigieren sowie neue Seiten hinzufügen. Aber auch bei den Pinseln und dem Pinselstudio an sich gibt es Neuerungen. Eine Sache habe ich dir ja schon gezeigt, nämlich die neue Kategorie hier Materialien, die du auch nicht nur für das 3D-Zeichnen, sondern auch natürlich für das ganz normale Zeichnen hier anwenden kannst. Die Textur zum Beispiel hier macht sich auch ganz gut für dieses Motiv in dem Fall. Ja, da einfach mal experimentieren. Da hat es wirklich jede Menge neue Pinsel. Und ansonsten gibt es jetzt aber auch eben ganz oben, wenn du ganz nach oben scrollst in deiner Pinselsammlung, hier diesen Punkt kürzlich verwendet mit dem kleinen Stern davor. Da siehst du im Prinzip eine History, einen Verlauf deiner kürzlich verwendeten Pinsel, also nacheinander, welche du verwendet hast und kannst da entsprechend auch darauf zurückgreifen. Und das kommt noch hinzu, wenn du da nach links einmal swipest, hast du hier zwei neue Funktionen, nämlich einmal suchen. Da kannst du dann den Pinsel, den du kürzlich verwendet hast, suchen. Und zwar wird dir dann eben genau die Kategorie angezeigt, in der sich der Pinsel wirklich befindet. Und zweitens, nochmal swipe nach links, gibt es hier die Option Pinnen. Das mache ich einmal bei diesem Pinsel hier. Denn was dann passiert ist, siehst du hier, erscheint ein kleiner Stern rechts oben und das bedeutet, das ist jetzt mein oder einer meiner Favoriten. Ja, also wirklich ganz tolle Neuerung. Da kannst du dann jedes Mal auf deinen Favorit zurückgreifen, egal mit welchen Pinseln du zuvor gezeichnet hast. Dieser Pinsel bleibt dann in deiner kürzlich verwendet Liste ganz oben stehen. Ja, wie du siehst, ich habe ja gerade den verwendet, der ist nicht nach oben gewandert, sondern die mit den Sternen bleiben ganz oben. Das kannst du auch mit mehreren machen, mache ich an der Stelle mal nicht. Das genügt mir hier an der Stelle. Also kürzlich verwendet und Favoriten, das ist neu in deiner Pinselsammlung zusammen mit der neuen Kategorie Materialien. Aber ich habe ja auch gesagt, dass es im Pinselstudio Neuerungen gibt und deswegen gehe ich hier einmal auf das Plus, um in das Pinselstudio zu gelangen. Und da hat es einmal jetzt den Punkt Stabilisierung hier ganz neue Möglichkeiten, denn es gibt jetzt nicht nur die Streamline-Funktion, mit der du hier deinen Pinsel, wie du siehst, etwas weniger zittrig zeichnen kannst. Ja, also der Strich, deine Linie wird ausbalanciert, geklettet, sondern du hast auch generell jetzt die zwei neuen Funktionen Stabilisierung und Bewegungsfilterung da einfach mal mit experimentieren. Hier siehst du schon, das wird wirklich extrem stark geklettet und das kannst du eben noch on top auf deine Streamline aktivieren. Also hier siehst du schon, wow, das ist schon ein bisschen zu viel. Also da einfach mal gucken, welche Einstellungen, wahrscheinlich hier Stabilisierung wirklich ein bisschen runternehmen, den lösche ich mal kurz, so, also welche Einstellung da für dich passt, dass du flüssiger und geradere, weichere, weniger zittrige Linien zeichnen kannst. Also hier diese zwei Optionen neu unter dem Punkt Stabilisierung. Außerdem, natürlich passend zu den neuen 3D-Modellen, hat es jetzt auch die neue Einstellung Materialien im Pinselstudio. Ist jetzt noch nicht sonderlich viel, aber finde ich, ist trotzdem ziemlich nice, dass man auch je Pinsel einstellen kann, wie metallisch, und da können wir auch das, wie wir es bisher kennengelernt haben, hier einmal unterschiedliche Texturen verwenden, ja, also wie metallisch das Ganze erscheinen soll, die Stärke erhöhen, dann kommt die Textur auch stärker durch, ja, also ob der, ob der Pinsel an sich überhaupt metallische Eigenschaften haben soll oder eben nicht, das kannst du hier schon mal beeinflussen, genauso wie hier bei der Rauheit, ja, also wie rau auch wieder entsprechend mit der Texturfunktion importieren, da kannst du hier aus der Quellbibliothek bereits vorhandene Texturen auswählen oder auch eigene erstellen, ja, da auch wieder die Stärke anpassen, wird sich natürlich ein bisschen beißen mit der Metallic-Struktur, Textur an der Stelle, da einfach mal, ja, hier siehst du so ein bisschen, wie es durchkommt, da einfach mal experimentieren, also in dem Fall wirklich Rauheit, wie rau das Material über den Pinselstrich dann erscheinen soll oder eben dann glänzend, also das kannst du dann auch variieren. Und jetzt habe ich natürlich ein paar Mal meine Pinsel gewechselt, die jetzt gar nicht mehr zu dem Motiv passen, ja, also der hat gar nicht die Textur von dem anderen Pinsel und jetzt ist es vielleicht auch schon eine Weile her, wo ich mit dem Bild gearbeitet habe und würde da gern noch an ein paar Stellen reingehen, aber ist natürlich blöd, das ist jetzt gar nicht gespeichert hier, der Pinsel, so und eventuell auch nicht die konkrete Pinselgröße und da gibt es jetzt auch eine Neuerung, Du kannst natürlich dir für dieses Bild die Pinsel speichern, ja, in dem Fall war es hier dieser 6B-Stift, den ich verwendet habe, aber das ist auch noch nicht exakt die Größe, die ich hier verwendet habe, also für diese kleinen Striche und da gibt es jetzt was Neues, denn du kannst hier bei dieser Seitenleiste jetzt auch einstellen, dass du eine gewisse Größe oder eine gewisse Deckkraft speichern möchtest von dem Pinsel. Wenn ich zum Beispiel jetzt mal hier hingehe, irgendwo hin, siehst du, hat es dieses kleine Plus, wenn du da einmal auf den Schalter drückst, dann bleibt das Ganze auch da, natürlich erst mal testen, welche Größe das überhaupt war, gucke ich gerade noch mal, noch ein Ticken Größe, ja, ungefähr so vielleicht, und vielleicht auch ein bisschen dicker und dann die Deckkraft herunternehmen, ja, so kommen wir dem Ganzen schon näher, ja, also wenn ich hier von diesen Schattierungen, Schrafforen da spreche, dann ist es ungefähr so viel, also klicke ich da drauf und wenn ich jetzt hier auf dieses Plus klicke, zack, dann wird es auch festgestellt, genau das gleiche auch bei der Deckkraft, ja, also selbst wenn ich dann hier einmal zeichne und die Größe ändern sollte, in dem Fall ist es natürlich nicht so sichtbar, so, dann kann ich trotzdem jederzeit hier auf diese Punkte zurückgehen und zwar exakt, ja, also ich muss nicht irgendwie abschätzen, okay, könnte es jetzt das Ganze sein, sondern es ist wirklich exakt gespeichert, dann habe ich exakt die Größe und die exakte Deckkraft wieder und das kann ich auch mehrfach machen, ich glaube bis zu viermal je Slider ging das Ganze, können wir mal austesten, so, genau, also hier siehst du schon, jetzt ist nichts mehr möglich, vier Optionen gehen maximal und du kannst sie auch jederzeit wieder für den Pinsel herauslöschen. Gleiche natürlich auch für die Deckkraft, das mache ich jetzt nicht nochmal, aber das finde ich wirklich eine tolle Neuerung, sodass man jederzeit auf die gewünschte Einstellung zurückgreifen kann von dem Pinsel und natürlich geht dasselbe auch für Wischfinger und für Radiergummi. Als nächstes hat aber auch das Farbmenü ein paar kleine Neuerungen erhalten, zum Beispiel solltest du, wenn du ein kleineres iPad als 11 Zoll hast, jetzt auch diesen Verlauf hier vorfinden, das war vorher nicht gegeben, ja, also jetzt auf iPads die größer sind als 9,7 Zoll, da hast du jetzt auch hier die Historie der Farben vor dir liegen und vor allen Dingen die größere Neuerung ist jetzt, wenn du einmal auf Paletten gehst, Farbpaletten, dann hast du jetzt zur Auswahl nicht nur kompakt das Ganze darzustellen mit diesen einzelnen Farbswatches, wie diese Farbfelder heißen, sondern du kannst das Ganze auch hier rechts einmal über Karten anzeigen lassen, also wenn ich hier einmal da reingehe, kann ich ja nur ganz kleine Farbswatches erzeugen, wenn ich hingegen auf Karten gehe, siehst du, hast du hier wirklich ganz große Farbfelder, die du natürlich auch einzeln anwählen kannst, wie du es bisher kennengelernt hast, um dann auch das Farbfeld, das Aktive zu ändern und damit entsprechend zu malen, ich bin gerade noch auf einer Einstellungsebene, ich gehe mal ganz hoch, dass du es auch wirklich siehst, dass das die Farbe ist, also genau das, so ist die Farbe und du siehst aber auch, dass das Ganze jetzt Namen bekommen hat, sodass du das leichter auseinanderhalten kannst und das wird auch automatisch erzeugt, sowohl einmal in dem Farbton, als auch wenn du Helligkeitsunterschiede hast, jeweils zum Beispiel dunkel oder hell oder gräulich, das wird auch automatisch hinzugefügt, ja, rosa-rot in dem Fall, wenn ich das nochmal lösche und hier die Farbe ändere, beliebig vielleicht so ein dunkleres türkisblau, würde ich jetzt behaupten, dass das so heißt und genau, sie nennen es auch dunkelzüren, ja, musst du gar nichts weiter machen, kannst du aber auch jederzeit hingehen und sagen, nein, ich will jetzt nicht, dass das, ähm, na, komm, dass das, ähm, Dingens heißt, ah, du musst es neu eingeben, genau, züren, sondern eben wirklich dunkeltürkis, vielleicht, ist im Endeffekt ja das gleiche, aber genau, also da kannst du es auch gern noch umbenennen, wenn du das möchtest und die Farben werden dir dann auch hier in der Mitte oben immer angezeigt, also mehr Accessibility sozusagen. In Procreate 5.2 hat aber auch das Anpassungsmenü eine kleine Verbesserung erhalten und wie ich finde, eigentlich wirklich eine größere Verbesserung mit einer kleinen Sache, nämlich wie du siehst, wenn ich hier einmal auf einen Punkt gehe, zum Beispiel Perspektivische Unschärfe, diese Anpassung auswähle, kommst du direkt in die Anpassung und musst nicht mehr unterscheiden zwischen Auswahl, also diesen Filter auf die gesamte Ebene anwenden oder nur mit deinem Pinsel selektiv partiell einfügen. Also das hat sich geändert, dass quasi ein Schritt gespart ist, das war immer ein bisschen nervig, man musste erst hier drauf gehen, dann den Effekt auswählen und dann nochmal will ich es auf die ganze Ebene oder nur mit Brush einzeln auftragen, ja deswegen gehst du jetzt einfach hier rein und kannst direkt deinen Effekt auf die ganze Ebene anwenden, wie jetzt hier eben die perspektivische Unschärfe, aber das Gute ist, die Pinsel-Einstellung, so dass man es wirklich nur partiell mit einem Pinsel einfügt, das ist noch nicht verschwunden, das findest du immer noch hier oben, wenn du einmal auf den Effekt drauf klickst, kannst du immer noch wechseln zwischen Ebene oder dass du es eben wirklich nur mit dem Pinsel partiell da einfügst, mache ich mal als Beispiel hier noch einmal neu das Ganze, wähle das nochmal an, perspektivische Unschärfe, wähle jetzt statt Ebene wirklich Pinsel, stelle es auch bereits mal ein bisschen hoch ein, ist es ja schon, so und dann kann ich wirklich nur partiell hier Bildteile verändern. Generell hat sich mit der Version 5.2 aber auch viel im Bereich Accessibility, also der generellen Bedienbarkeit von Procreate getan. Zum Beispiel kannst du jetzt, wenn du in die generellen Einstellungen deines iPads gehst, unter Anzeige und Helligkeit, da hast du ja diese Option, deine Textgröße zu erhöhen, von allen Einstellungen oder allen Texten, die du auf deinem iPad siehst oder eben zu verringern. So und das ging bisher oder es war bisher so, dass das Ganze nicht auf Procreate übertragen wurde, jetzt aber schon, ja jetzt siehst du, hast du auch hier entsprechend größere Texte. Also alles über 66% Textgröße ist jetzt auch dynamisch einstellbar. So, ich brauche das aber nicht so, ich mag es lieber auf der Mitte. Dazu hast du aber auch noch weitere Einstellungen und die findest du übrigens auch, musst nicht direkt in das Einstellungsmenü gehen, sondern kannst auch einfach auf Aktionen in deinem Dokument gehen, da auf Hilfe und dann hier erweiterte Einstellungen, da kommst du dann in die Einstellung zu Procreate auf deinem iPad, da kannst du einmal nach ganz unten scrollen, da siehst du hier ein paar weitere Bedienungshilfen, die jetzt neu sind, zum Beispiel hast du jetzt auch die Option Feedback-Töne zu aktivieren, wenn du das aktivierst, ja ich habe es eigentlich standardmäßig aus, ich weiß auch nicht, ob du es jetzt hören wirst, aber da, ich mache mal den Ton ein bisschen lauter, hast du dann hier, ja du wirst es wahrscheinlich nicht hören, kriegst du dann hier eben Töne von Procreate angezeigt oder auch audiovisuell dargestellt, sodass du nicht nur visuell auf die Symbole angewiesen bist. So, ich stelle es aber wie gesagt einmal wieder aus und ja, meistens in der Regel braucht es dann auch einen Neustart, da also drauf achten. So, zusätzlich dazu hat es jetzt auch hier diese Option Fenster für Single-Touch-Gesten. Das kann relevant werden, wenn du ja bisher ein bisschen Schwierigkeiten hattest mit der Gestensteuerung hier die Navigation durchzuführen, zu zoomen und so weiter, wenn du das jetzt aktivierst und dann bekommst du hier wirklich eben ein neues Fenster, was du auch frei positionieren kannst und da siehst du auch die Haupt-Navigationsbefehle, die du damit mit einem Klick oder einem Tab sozusagen durchführen kannst. Das klassische Widerrufen natürlich zurück ist immer wichtig oder eben auch Wiederholen, Schritt wieder vormachen, zoomen, da musst du es erstmal aktivieren, ja, sodass es mit einem Klick sozusagen möglich ist. Wenn du jetzt hier reingehst, siehst du, erscheint da so eine kleine blaue Linie, da kannst du jetzt zoomen, das ging natürlich vorher nicht, da hättest du jetzt direkt gemalt nur, genauso wie bewegen, das kannst du jetzt auch mit einem Klick oder Leinwand anpassen, ich mache es mal anders, so, dann wird es direkt auf das Maximum des iPads hochskaliert. So, ich möchte es aber nicht. Mir genügen, die Zwei-Finger-Gesten und mehr, deswegen stelle ich das hier wieder aus an der Stelle und dann sollte das Fenster auch verschwinden. Zusätzlich dazu kommt mit Procreate 5.2 auch eine Voice-Over-Unterstützung, es gibt verschiedene neue Übersetzungen, bei den Animationen haben die Zwiebelschichten jetzt anpassbare Farben, die Farbbenennungen an sich nicht nur bei den Farbkarten, sondern eben auch generell bei den Mitteilungen haben jetzt ganz klare Benennungen und, und, und. Also du siehst, was die Bedienbarkeit anbelangt, da gab es wirklich ein paar massive Schritte. Schließlich noch das letzte Update, was besonders Leute erfreuen wird, wie mich, die mit sehr, sehr vielen Ebenen in der Regel arbeiten. Ich nutze sehr viele Masken, Clipping-Masken und normale Masken in der Regel, wie du hier siehst, bei dem Bild zum Beispiel und ich kann mich daran erinnern, dass ich hier wirklich das Maximum der Ebenen ausgeschöpft hatte, was damals möglich war. Wenn ich jetzt hier einmal draufgehe, siehst du, da sind noch deutlich mehr Ebenen möglich, denn mit iPad Pros ab 6 GB RAM, die unter dem neuen iOS 15 laufen, da bekommst du jetzt deutlich mehr Speicher zur Verfügung oder das Procreate, das Programm, kann an sich mehr Speicher nutzen und entsprechend damit auch mehr Ebenen erzeugen und nicht nur das, sondern eben auch viel größere Leinwände anlegen. Das Maximum, was ich gelesen hatte, waren 16 x 8K, also 16.000 x 8.000 Pixel, das ist schon eine Hausnummer, genauso wie bei Animationen, da ist jetzt auch die Möglichkeit, mehrere hundert Ebenen zu erzeugen, also da sollte man jetzt langsam an Photoshop herankommen von den Ebenen, das ist, finde ich, ein riesengroßer, extrem guter Schritt. Ja, und das war es dann auch schon mit dem Update Procreate 5.2, was, wie ich finde, wirklich ein richtig tolles Update ist, gerade für mich als 2D- und 3D-Artist, aber jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie findest du das Ganze, vielleicht auch, wenn du nur 2D-Artist bist, wie gefällt dir das Update, kannst du es und wirst du es vor allen Dingen auch nutzen? Und was ist deine Lieblingsneuerung? Schreib es am besten direkt einmal in die Kommentare, das würde mich wirklich freuen. Und natürlich auch einen Daumen nach oben, Abo dalassen, das wäre auch sehr gut, denn dann können wir uns nämlich auch beim nächsten Video direkt wiedersehen, dann verpasst du das Ganze auch nicht, würde mich sehr freuen. In diesem Sinne gilt wie immer, bleib kreativ und bis bald!